So, jetzt haben wir schon mit haufenweise Gefährten gesprochen. Ach, und wenn wir dann gerade eh in der Ecke bei der Unterstadt sind, wollen wir uns jetzt nochmal kurz mit Gämlen unterhalten, dem gammligen Gämlen, unseren Onkel. Kommt hin. Ja, Warrick, einfach ein lustiger, spaßiger Kauz, auch immer für ein paar Späße aufgelegt. Kann man auf jeden Fall gut mitnehmen, dem Mann. So, Gämlen, dann reden wir mal mit unserem Onkel. Onkel Gämlen, du alter Sack. Wir sind hier hinter der Türe. Haben wir hier noch was interessantes? Gründung der Kirche. Wer es lesen will, ich mache Pause und ihr könnt ihr Pause drücken. Ha, ich mache Pause. Wer es lesen will, Pause drücken und dann könnt ihr euch alles durchlesen. Ich switch das jetzt mal so durch. Einmal nochmal runter und jetzt ist fertig. So, Gämlen, was hast du uns zu erzählen? Und wie ist es dir ergangen über die letzten Jahre? Es ist euch also gut ergangen. Ich hatte so meine Zweifel, als ich euch das erste Mal gesehen habe, aber... Ich schätze, irgendetwas hatte dieser Hawk, mit dem Leandra fortgelaufen ist, wohl doch an sich. Er hat jedenfalls einen ziemlich vernünftigen Sohn zustande gebracht. Eure Mutter wäre stolz auf euch. Ich vermisse Mutter. Ich wusste nicht, dass ihr mich mögt, Gämlen. Ich traue euch nicht, Gammleger Gämlen. Worauf seid ihr aus? Ich bin gerade ein wenig sentimental. Jetzt, wo euer Bruder bei den Templern ist, seid ihr alles, was mir an wahrer Familie geblieben ist. Ich habe lange Zeit gedacht, das Geschlecht der Amels in Kirkwall würde mit mir enden. Ich bin froh, dass ihr uns wieder aus dem Grab geholt habt. Das war also unser Besuch bei Gämlen. Ich habe gehört, ihr seid mit diesem Piratenflittchen aus dem gehängten Mann in die Lacken gekrochen. Durchaus. Das Miststück hat mich einfach so abgewiesen. Naja, kein Wunder. Guck dich mal an, Gämlen. So wie du riechst, er ist so kammelig. Naja, ihr wisst schon. Brauche ich nicht weiter ausführen. Denn Gämlen ist ja ein Trunkenbold und Spieler. Meine Armbrust. Sag hallo, Bianca. Aber warum Bianca? Ihr müsst sie doch nach irgendjemandem benannt haben. Nein. Mirabelle war schon besetzt. Die Art, wie ihr eure Waffen streichelt, finde ich beunruhigend. Hey, ich verhalte mich absolut korrekt. Zumindest in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Varric und seine Armbrust Bianca. Das ist auch eine Liebe. Die gibt es sonst nirgendwo. In dieser Form. So, jetzt über den Unterstadtbasar. Und jetzt treten wir die Reise an und erfüllen unsere weiteren Gespräche mit den Gefährten kurz, will ich mal behaupten. Mit denen wollen wir uns unterhalten. Da erwartet auch noch ein Brief auf uns. Habe ich gar nicht geguckt, als wir letzte Folge im Anwesen waren. Ähm, dann wollen wir da doch mal kurz hinpesen, den Brief lesen. Und danach reden wir dann mit unseren Gefährten. Ach nee, Isabella. Oh, was ist das hier alles? Ich hoffe, dadurch entstehen keine Probleme. Da können wir mal kurz die Briefe lesen, bevor wir mit Isabella reden. Auf der Flucht, Champion. Ich benötige in einer überaus dringenden Angelegenheit eure Unterstützung. Meldet euch bitte alsbald in die Templerhalle. Hochachtungsvoll, Kommandantin Meredith. Wer braucht Rettung? Champion, ihr müsst mir einfach helfen. Meine Tochter Orlana wurde von abschleunlichen Räubern entführt. Einer meiner Diener hat gehört, dass sie irgendwo zur verwundeten Küste verschleppt werden sollte. Haben wir schon gelesen in der letzten Folge, nehmen wir auch an. Ein Brief aus Tevinter. Werter Meister Hawk. Oder heißt es jetzt Champion Hawk. Die Geschichte, wie ihr mit dem Arishok fertig geworden seid, ist hier sehr beliebt. Nur wenig kommt ein Tevinter besser an, als ein Bericht über die Niederlage der Kunari. Zu behaupten, das Reich sei ein seltsamer Ort, wäre stark untertrieben. Männer und Frauen wirken Magie auf der Straße, während ihre Sklaven zusehen. Ich habe erst vor wenigen Tagen meinen eigenen Meister beobachtet, wie er einen rivalisierenden Magister im Duell getötet hat. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass ich so etwas wie Verständnis für die Templer in Kirkwall entwickle. Meine Ausbildung verläuft gut. Meine Träume machen mir nicht mehr so viel Kummer. Ich hoffe, mit der Zeit die vollständige Kontrolle über mich zu gewinnen. Ich wollte euch nur danken. Ich schulde euch mehr als mein Leben. Ich schulde euch meinen Geist und meine Zukunft. Ein Brief in einem kunstvollen Umschlag Missier, die Zinsen sind auf dem niedrigsten Stand seit 200 Jahren. Es ist also der ideale Zeitpunkt, um eine Hypothek auf euer Anwesen aufzunehmen. Der nächste wie kommt, wird die Zinsen bestimmt erhöhen. Und wenn ihr zu lange wartet, ist die Gelegenheit vorbei. Was werdet ihr tun, wenn die Kirche Spenden von allen Anwesenden in der Oberstadt einfordert? Das Leihhaus Tankum, Salma und Grease wickelt die Hypothekenaufnahmen für eure Anwesenheit einfach und zuverlässig ab, sodass ihr euch darauf konzentrieren könnt, euer Vermögen zu bewundern. Vereinbart mit unseren Mitarbeitern eine kostenlose Beratung bei der Händlergilde der Zwerge, bevor es zu spät ist. Haben wir gelesen. Naja, das ist ja wieder Spam sozusagen. Spam gab es damals auch schon, Dragon Age 2. Irgendwelche Banken probieren wieder was anzudrehen. Kredite, Viagra, gibt es ja alles. Gibt es ja alles, auch hier. So Isabella, mein schönes Stück. Was hast du denn zu erzählen? Das ist privat. Ihr kommt immer nur hierher, wenn ihr etwas wollt. Also, was ist es diesmal? Ratet mal, was passiert ist. Castillon ist in der Stadt und ich werde nicht abwarten, bis er mir ein Messer in den Bauch rammt. Wir werden ihn erledigen, bevor er mich erledigt. Sehr vernünftig. Kein schlechter Grundsatz. Bedauerlicherweise hat sich Castillon irgendwo in Kirkwool verkrochen. Und ich konnte ihn bisher nicht finden. Ich weiß allerdings, wo Velasco ist, seine rechte Hand. Wir müssen ihn einfach nur dazu bringen, uns Castillons Aufenthaltsort zu verraten. Irgendwie. Gewalt ist effektiv. Brillant. Irgendwie? Gewalt ist effektiv, Isabella. Und da kenne ich mich wirklich gut aus. Ich habe so meine Mittel, um die Leute zum Reden zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Ihr würdet ihn letztlich nur töten. Wir müssen uns irgendetwas anderes ausdenken. Können wir nicht mit Velasco reden? Könnten wir Velasco nicht einfach nett fragen, wo Castillon ist? Freiwillig wird er uns nichts verraten. Ich kann nicht riskieren, dass er misstrauisch wird und Castillon warnt. Wir erledigen ihn. Vielleicht finden wir ja etwas, wenn wir ihn umbringen und seinen Leichnam durchsuchen. Oder wir finden nichts und stehen mit leeren Händen da. Mir fällt nicht sein. Wir könnten euch als Köder verwenden, Isabella. Castillon will euch. Warum lassen wir euch nicht von Velasco zu ihm bringen? Und ihr folgt mir. Oh ja, das ist raffiniert. Ich wollte schon vorschlagen, dass wir Velasco zu einem Ratespiel herausfordern und dabei irgendwie die Frage, wo ist dein Boss, unterbringen. Aber euer Vorschlag ist deutlich besser. Dann lasst uns gehen, Isabella. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Velasco verbringt seine Nächte im Bordell und erfreut sich an all seinen Verlockungen. Dort werden wir ihn finden. Okay, dann wollen wir uns da mal zum Bordell begeben, aber jetzt noch nicht. Jetzt reden wir erstmal noch mit den anderen Gefährten, die uns zur Seite stehen. Und jetzt können wir auch wieder Isabella persönlich mitnehmen. Dann nehmen wir nochmal, nehmen wir mal Aveline mit und anders. Mal gucken, wie sich Isabella und Aveline streiten werden. Hier in den Zwischengesprächen. Da bin ich mal sehr gespannt. So, Fenris anwesend. Wir müssen mit Fenris mal eben quatschen. Dann haben wir die ganzen Gefährtenquests auch absolviert. Die wollen ja alle nochmal mit uns reden nach den Jahren, die hier ins Land gezogen sind, nachdem wir die ganzen Kunari aus Kirkwall vertrieben bzw. ausgemerzt haben. Seid ihr sicher, dass sie es ist? Eine Elflin, auf die eure Beschreibung passt. Auf dem richtigen Schiff. Noch dazu allein, soweit ich weiß. Ich muss wissen, ob es eine Falle ist. Ich habe getan, was ihr verlangt habt, Fenris. Jetzt ist es an euch. Redet ihr mit ihm, Hawk. Mir reicht es für heute. Fenhides, fasste was! Beruhigt euch, Fenris. Fluchen bringt uns auch nicht weiter. Das ist meine Schwester. Ich habe es euch nicht gesagt. Aber ich habe Hadrianas Informationen überprüft. Sie hat die Wahrheit. Ich musste schweigen. Aber ich habe Varania genug Geld geschickt, damit sie zu mir kommen kann. Und jetzt ist sie hier. Wo habt ihr sie gefunden? Sie war tatsächlich in Carinus. Meine Schwester hat Magister Arriman verlassen. Ich fand sie in Minrathis. Das hat das Ganze erschwert. Aber laut der Männer, die ich bestochen habe, ist es genau wie Hadrianas gesagt hat. Sie ist keine Sklavin, sondern eine Schneiderin. Es war nicht leicht, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Zumal sie mir erst nicht glaubte. Aber jetzt ist sie endlich hier. Und ihr denkt, das ist eine Falle. Also, was ist das Problem? Dann trefft euch mit ihr, Fenris. Hier herumzustehen hilft uns nicht weiter. So einfach ist das nicht. Begleitet mich, Hork. Falls das Ganze eine Falle ist, brauche ich jemanden, der mir den Rücken frei hält. Seid ihr sicher? Vergesst es. Gehen wir. Wo ist sie? Wenn wir bei Targ zum gehängten Mann gehen, müsste sie dort sein. Zumindest die... Ich weiß, ihr schuldet mir nichts. Aber wenn wir ohnehin dorthin gehen... Okay. Mit Fenris zum gehängten Mann müssen wir da mal gehen und gucken, ob seine Schwester da zufällig auch rumhängt. Und das könnte natürlich eine Falle sein. Hier ist das übrigens das ehemalige Anwesen vom Meister von Fenris, der ja ein Sklave in Tevintha war. Ein flüchtiger Sklave vielmehr. So, das Gebiet verlassen wir. Alleingängter Mann. Äh, Meryls Hütte. Mit Meryl müssen wir auch noch reden. Und mit Avalon ebenfalls. Kommt schon, Gänseblümchen. Ihr habt euch schon seit Tagen hier drin verkrochen. Wenn ihr nicht bald ein wenig Sonne bekommt, verwelkt ihr uns noch. Ich bin keine Pflanze, Varric. Mir geht's gut. Schlendert einfach ein wenig über den Unterstadtmarkt. Schnappt ein wenig frische Luft, dann höre ich auch auf, euch auf die Nerven zu gehen. Ich, ich weiß, ihr meint es gut. Aber ich habe im Moment einfach zu viel zu tun. Ich überlasse es euch, sie zur Vernunft zu bringen, Hork. Varric ist wirklich nett. Er kann einem zwar auf die Nerven gehen und ist ein schrecklicher Wichtigtuer, aber er ist nett. Stimmt. Absolut. Habt ihr nach mir gesucht? Es ist doch alles in Ordnung, oder? Natürlich habe ich nach euch gesucht. Im Moment schon. Ich wollte euch nur sehen. Natürlich habe ich noch euch gesucht. Zu Mary muss man nicht mehr nett sein. Der haben wir selbst Geschenke geschenkt. Und dann stieg die Feindschaft an. Ihr Hass auf uns. Also, papp. Ich komme bestimmt nicht ins Gesindeviertel, weil die Luft hier so gesund ist. Kontrolliert ihr mich etwa? Ihr denkt vermutlich, ich könnte jeden Augenblick eine Dämonenarmee beschwören. Als ich neulich auf dem Markt war, dachte ich, Ich hätte im Augenwinkel Tamlin gesehen. Ich habe geblinzelt und er war weg. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Vielleicht gar nichts. Vielleicht werde ich langsam verrückt. Ich vermisse sie einfach alle. Sogar die Hüterin. Vermutlich vermissen sie euch auch. Ihr müsst verrückt geworden sein. Dann besucht sie, verdammte Hacke. Nichts hindert euch daran, sie zu besuchen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe sie verlassen. Ich wünschte, ich hätte erkannt. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt hier. Vielleicht hat Varric ja recht. Wollen wir eine Weile nach draußen gehen? Ich könnte ein wenig Sonne vertragen. Ja, das wäre nicht verkehrt. So, steigen wir mal kurz mit der Isabella eine Stufe auf. Und der geben wir jetzt die Punkte auf Klugheit. Damit die jetzt endlich komplexe Schlösser öffnen kann. Wieder endlich mal jemanden für haben. Ah, das kann man ja richtig feiern. Gerissenheit. Wenn dieser Modus aktiv ist, kann Isabella dank ihres Instinktes aktivierbare Fähigkeit anhalten am Modus. Ob wir den jetzt ausbauen sollen. Ist die Frage. Landgang. Isabellas Serie von hinterhältigen Angriffen löst nun bei allen Gegnern ein Gefühl der Betäubung aus. Vergleichen wir mit dem letzten Tag eines Landgangs. Und den können wir natürlich noch Chance auf Betäubung. 100% gegen normale Gegner. Dauer 5 Sekunden. Den können wir natürlich mal ausbauen. Machen wir mal. Komm. Zack. Haben wir es vom Tisch. So. Und dann flitzen wir jetzt schnell noch zur guten Avalyn. Aber wir nehmen mal Meryl mit dahin. Komm. Wir lassen mal die Avalyn selber hier und nehmen mal Meryl mit. Die wollte ja ein bisschen frische Luft schnuppern. Das wollen wir ihr mal genehmen. So. Feste Diswi kommt. Dem Wi-Kom gibt es ja leider nicht mehr. Und wir würden diesen Posten gerne einnehmen. Aber. Das scheint noch nicht so ganz zu klappen. Leider. Na ja. Seid gegrüßt, Champion. Guten Tag, Wache. So. Hauptmannsfrau. Hauptfrau. Warum heißt das eigentlich nicht Hauptfrau? Warum heißt die Avalyn eigentlich auch Hauptmann? Gibt es vielleicht keine Hauptfrauen? Ich weiß es nicht. Damals im Mittelalter war das ja nicht so angesagt. So, Avalyn. Was hast du denn zu erzählen? Wachen. Die Pflichten der Woche lauten Unterstadteinsatz. Fünf Tage Dienst, drei Tage frei. Stadtgebiet in Paaren. Abzug nach zweiter Schicht. Rekrutenausbildung. Abschluss Ende der Woche. Sonst noch etwas, Hauptmann? Nein. Danke. Avalyn. Der lebende Rambock. Donnick ist... Ein guter Mann. Verzeihung. Hattet ihr ein Anliegen? Wie waren die Flitterwochen-Ebenen? Ihr habt nie erzählt, wie eure drei Wochen in Orlais verlaufen sind. Richtig. Habe ich nicht. Oh, im Fieber. Noch etwas? Thema Vertiefen. Die Wachen wirken gut ausgebildet. Hut ab! Eure Männer könnten die Templer problemlos in die Schranken weisen. Das mussten sie auch schon. Solange es keinen Vicomt gibt, meint der Orden, jeden in Uniform herumkommandieren zu können. Das lasse ich gar nicht erst aufkommen. Die Einwohner von Kirkwall sollen sich in ihrer Wache wiederfinden. Ohne diesen Zusammenhalt wären wir nichts weiter als Ziele. Ihr seid als Hauptmann etabliert, Evelyn? Ihr habt anscheinend ganz Kirkwall hinter euch. Ich halte Ordnung und das schätzen die Einwohner. Sonst würde alles im Wahnsinn versinken. Es gibt zwar immer mal ein paar Beschwerden, aber im Großen und Ganzen sind wohl alle froh, dass die Wache seit ein paar Jahren eine verlässliche Größe darstellt. Hm, vielleicht ist die Evelyn auch scharf auf dem Posten des Vicomt. Aber den wollen wir doch haben. Mensch, wir sind doch böse. Schwarzmagier und so. Ihr wisst ja, ne? Geht hier irgendwas vor? Ich schaue nur kurz vorbei. Braucht ihr etwas? Ja, da wäre etwas. Kommt in Kürze wieder, dann reden wir darüber. Alles klar, dann lebt mal wohl. Bis später. Natürlich, Hork. So, jetzt gucke ich nochmal an unser Questlog. Sie nach Anders. Keine Pause für die Verruchten. Allein. So, dann reden wir noch schnell mit Anders. Das machen wir jetzt auch eben noch. Und dann haben wir nämlich die ganzen Gefährtenquests. Zumindest die Plauderquests, die Standardquests. Wenn wir hier nochmal ein bisschen mit denen quatschen wollen und sie sich nach uns erkundigen möchten. Erledigt. Jetzt reden wir hier mit Anders in seiner Krankenstation. Dazu müssen wir erst hier in die Station reingehen. Und jetzt poppt er auf. Anders. Denkt ihr etwa, ich wüsste nicht, dass die Stadtwache nur ein weiteres Instrument der Templer ist? Das ist absolut ungerecht. Falls sie hier auftauchen sollte, weiß ich, wer dafür verantwortlich ist. Mehr sage ich nicht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass ihr das mitbekommt. Ich kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Vor allem jetzt, wo sich die Kommandantin mehr oder weniger selbst zum Vika unternannt hat. Verfolgt sie euch. Steckt ihr in Schwierigkeiten? Ich persönlich nicht. Aber meine Hoffnung schwindet mit jedem Tag mehr. Die Untergrundbewegung der Magier ist fast vollständig zerschlagen. Und jene, die übrig geblieben sind, haben sich als letzten Ausweg der Blutmagie zugewandt. Was es, wie Meredith durchaus bewusst ist, absolut unmöglich macht, dass sich die Öffentlichkeit auf die Seite der Magier schlägt. Wir werden sie aufhalten, Anders. Wenn ich hier auch nur den geringsten Einfluss habe, wird Meredith nicht mehr lange Kommandantin sein. Ich weiß nicht, was wir ohne euch tun sollten. Wie können die Leute nur so blind sein? Die Verderbnis wurde mithilfe zweier Magierinnen aufgehalten, von denen eine eine abtrünnige war. Aber selbst das spielt keine Rolle. Die Kirche hat uns allen diesen Weg schon vor langer Zeit vorgegeben. Damit sich das Denken der Leute jetzt ändert, wäre eine gewaltige Katastrophe nötig. Ja, dann hätten wir jetzt auch mit Anders mal geplaudert, der sich nicht ganz so wohlfühlt in Kirkwall momentan. Und jetzt wollen wir uns weiteren Abenteuern widmen. Dankeschön. Dankeschön.